Learn German by Dominik Wechselberger Quiz Heute beginnt wieder eine neue Woche. Es ist Montag und ich habe viele Pläne für diese Woche. Heute werde ich viel arbeiten. Ich werde acht Klassen geben und wenn ich Zeit habe, werde ich auch ein oder zwei Stunden an meinem neuen Buch arbeiten. Ich habe immer viel Spaß, wenn ich meine Bücher schreibe. Morgen, am Dienstag, werde ich meine Wohnung putzen. Ich werde den Boden staubsaugen und putzen, meine Küche sauber machen und das Geschirr spülen und ich werde das Bett machen. Das wird wahrscheinlich den ganzen Tag dauern. Am Mittwoch werde ich in die Stadt fahren. Ich werde dort ein paar Einkäufe machen. Die Preise in der Stadt sind besser als in meinem Dorf. Am Donnerstag werde ich mit einer Freundin in einer Bar ein Bier trinken. Ich habe sie schon seit ein paar Wochen nicht gesehen und sie hat sicher ein paar interessante Geschichten zu erzählen. Am Freitag werde ich ein bisschen im Garten arbeiten. Ich habe ein paar neue Pflanzen gekauft und ich werde sie in den Garten pflanzen. Und am Wochenende werde ich faul sein und Spaß haben. Was ist richtig? A. Ich habe diese Woche keine Pläne. B. Ich werde meine Wohnung sicher in ein, zwei Stunden putzen. Oder C. Ich habe meine Freundin schon seit ein paar Wochen nicht gesehen. Weißt du die Antwort? Schreib deine Antwort in den Kommentaren. Viel Spaß!